Heute Iridescent Doctor und ich kann euch keins der Addons erklären. Doctor hat so dumm lange Beschreibungen. Ich verstehe nicht, was diese Addons tun. Ich will es glaube ich auch gar nicht wissen, was diese Addons tun. Also ich zeige euch gerne noch am Ende der Ma... Ich kann nicht reden, seht ihr? Ich bin komplett verwirrt. Ich zeige es euch gerne am Ende des Matches noch, was die Addons drauf haben. Aber, ja, ihr könnt es euch ja selbst durchlassen, weil ich persönlich verstehe es halt nicht. Ich persönlich verstehe das gar nicht. Das ist einfach halbe Deutschklausur, wirklich. Junge, du hast Sprint Burst oder warum gehst du so? Hä? Der muss doch Sprint Burst gehabt haben, oder? Ich check... Ne, hat der ja nicht, sonst hätte er doch niemals so wenig Distance nur gemacht. Ja, okay. Oh, ja, wir haben halt keinen Range. Wir haben halt keinen Range. Ohne Range ist das Doktor, finde ich, nicht so cool. Ja, Doktor ohne Range. Range Addons sind halt noch immer meine Favorites, muss ich sagen. Okay, hier kannst du aber nicht durchwolken. Okay. Could you please not? Ja, bitte sehr. Was ist denn das für ein Benehmen? Ähm. Oh, bitte. Haha. Bitte was? Ich... Ich verstehe nicht. Was? Okay, mir werden auf jeden Fall, äh, die Illusionen, glaube ich, angezeigt, die, die Survivors sehen. Aber, mehr checke ich bislang nicht und, ähm, verstehe ehrlich gesagt auch nicht, was hier überhaupt los ist. Aber, okay. Warte mal. Bitte sag nicht, der hat sich wieder neben mir durchgelegt oder so. Bitte nicht. Bitte lagt euch nicht. Nein. Nein, das ist wirklich die Laggerin. Das ist wirklich die Laggerin. Ich habe Angst vor ihr. Ich habe Angst vor ihr. Okay. Gut. Deine eigene Zeit gewastet. Holy shit. Ich lieb's irgendwie. Ich lieb's. Ähm. Jetzt glaube ich keine Palette, oder? Okay. Äh, friss das. Okay. Ja, shoot, shoot, shoot. Oh. Okay. Zurück gehen, picken und beten. Du bist ein bisschen greedy, ne? Bist ein bisschen greedy, ne? Ein bisschen greedy bist du. Ein bisschen aber nur. Das sind zwei Illusionen gewesen. Okay. Dann was? Ich hab doch blockiert mit meinem fetten Körper. Bitte was? Okay. Ich verstehe ehrlich gerade gar nichts. Ich verstehe ehrlich gesagt gerade gar nichts. Ja, ich dachte, die Palette war auf der anderen Seite. Ja, das ist schrecklich. Und es ist nur schrecklich, weil fucking hell sie einfach, weiß ich nicht, geleckt hat wie sonst was. Ich weiß nicht mal was. Ich weiß nicht mal was passiert ist. Ich verstehe es ja nicht mal. Ich verstehe es ja nicht mal. Ja, diesmal kann keiner Palette saven. Das kann ich euch spoilern. Oh, da ist der weiteste Chen drüben. Ich hoffe, da wird nicht in meiner Fresse gefinisht. Ich hoffe wirklich, da wird nicht in meiner Fresse gefinisht. Einfach nur, um zu nerven. Niemand hier? Okay, der ist nicht mal so weit. Der ist nicht mal so extrem weit. Jetzt abfacken. Jetzt einfach abfacken. Wir müssen den Free Chen hier halten. Wir müssen den Free Chen hier halten. Okay. Das könnte halt belastend werden. Das könnte halt belastend werden. Vor allem, weil die eine lag wie sonst was. Die eine lag wirklich wie sonst was. Okay. Okay. Ich weiß nicht, warum du das tust. Aber, I mean, du tust's. Was? Das konnte nicht off the record gewesen sein, hä? Die hat doch... Das war ein... Das war ein... For a time? Franchise sein? Aber ich... Ich bin am Boden. Am Boden bin ich. Okay, und wo willst du mich chasen jetzt? Warte, was? Hab ich gar nicht gehört. Was geht hier ab? Wer... Ich versteh's nicht. Ich versteh gar nichts gerade. Ja, okay. Was ist das für eine Runde? Ich... 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 Ich bin am Boden. Ich check gar nichts. Nee, ich check wirklich gar nichts. Ich geb's auch einfach auf, das zu verstehen. Junge, wann kommst du jetzt schon wieder her? Ich hör' ihn nicht. Man hört diesen Typen nicht. Okay. Die Runde ist auf jeden Fall belastend des Todes. Da ist niemand dran. Ich kann zurückgehen. Aber die werden sich reseten, oder? Ja, okay. Du bist halt die Reudigste, weil ich weiß nicht, wie ich sie hitten kann. Weil sie hat halt so einen fucking Ping des Todes. Sie hat den stärksten Perk der Welt. Einfach Ping. Okay. Ja, du kleine Reudige! Du wehderst mich an. Du wehderst mich wirklich an. Fuck, man. Der Gen da drüben darf halt wirklich nicht allzu weit sein. Der ist so weit. Der ist so fucking weit. Der darf nicht allzu weit sein, aber der ist es halt. Einfach nur in der Hoffnung. Okay. Na, sie kommt direkt zurück, obviously. Hm. Ich muss sie wegchacen halt. Ich muss sie wegchacen. Aber da war noch jemand, oder? Ja, war nicht früh genug. Ich verstehe nicht, was hier los ist. Also wirklich nicht. Und warte, ich hab noch nicht jeden gehuckt. Renato? So auf Question Mark Basis? Warte, wird der Gen gerade neben mir gepinnecht? Bitte nicht. Bitte wirklich nicht. Okay, danke. Aber ich glaube, ich hab gerade Renato gehört, oder? Nicht? Wir arbeiten an dem Generator da drüben. Aber der ist nicht weit. Ich scare einfach weg. Ich scare ihn einfach weg. Einfach weggescared. Muss ein bisschen Asi spielen. Ist ja der Off The Record. Wenn mir noch einmal in meinem Leben jemand sagen will, dass Off The Record kein verdammt guter Perk ist, weiß ich nicht. Oh, fucking hell. Off The Record ist einer der frechesten Perks. Off The Record ist einer der frechesten Perks. Ja, du hast Sprint Burst zugefehlt. Du hast Sprint Burst zugefehlt, junger Mann. Und du hast auch gefehlt, oder? Du hast auch gefehlt. Holy shit. Geh nicht da hoch, was? Du hast auch nicht, hä? Sie ist die weirdeste von allen. Ein Generator wird halt gefinished, wenn nicht beide. Wenn nicht beide. Braucht diesen Hook schnell. Und ich muss schnell zu einem der beiden Chants zurück. Und ich kann nur hoffen, dass der Generator da drüben nicht 99 ist. Ich kann wirklich nur hoffen. Oh! Der ist regressed! Okay, blast, blast. Oh! Okay. Ich habe eh deadlock. Ich habe eh deadlock. Ich habe fucking deadlock. Warte, bist du wieder weggelaufen, oder was? Ich hasse dieses Cornfield. Ich hasse dieses Cornfield. Ich hasse dieses Cornfield. Exchange. Angenommen. Okay. Ja, der Generator könnte halt jetzt gefinished werden. Lasst mich in Ruhe. Lasst mich in verdammter Ruhe. Einfach, ey, Junge. Boah! Junge. Angst meines Lebens. Einfach hoffen und beten wieder. Einfach hoffen und beten wieder. Ich spiele gerade viel zu nett. Ich müsste viel mehr tunneln. Ist voll dumm gerade. Oh mein Gott, warte. Bitte sag nicht, du bist die mit off the record. Bitte sag nicht, du bist die mit off the record. Du hast keinen off the record. Das ist jetzt nicht schnell genug. Danke für den Free Hit. Was ist denn das für eine Runde? Na! Adrenaline ist einer der dümmsten Survivor Perks. Ich muss sie catchen, bevor sie überhaupt dran denken, die Gates aufzumachen. Das war nicht genug, Range Headern. Ein Range Headern. Ja. Das ist gut. Das ist gut gerade. Das ist gut gerade. Hucken. Hucken. Jetzt. Sofort, Mann. Nicht in zehn Jahren. Der muss... Die Person hier muss noch irgendwo sein. Und ich habe meinen Blast ready. Irgendwo in der Umgebung. Was? Was? Nicht? Wo? Wo seid ihr denn? Die Gates sind halt auch... Ja, halbwegs gut für die Map. Aber die Map ist halt scheiße. Die Map ist halt generell scheiße für die Gates. Ja, ich... Die Map ist zu beschissen. Ich hasse diese Map. Ich hasse diese Map. Oh mein Gott, ja! Ich sehe gerade... Ich sehe gerade die Illusion. Ich habe die Illusion gesehen. Oh, die Illusion meines Lebens. Wirklich. Das ist ein Freaky. Das ist ein frecher Freaky. Das ist ein frecher Freaky. Holy shit. Das ist ein fucking frecher Freaky. Ich hätte theoretisch warten können, bis er die Gates öffnet. Und ich dann Blood Warden use. Ja, aber... Ehrlich, die Runde... Die Runde macht mich zu fertig. Die Runde macht mich wirklich einfach zu fertig. Die Runde ist bodenlos gewesen. Die Runde ist bodenlos gewesen. Die Runde... Die Runde... Okay, oder Kann passieren, kann man verwechseln Aber jo, ich zeig euch mal, warum ich euch nicht so gut erklären konnte Was die Addons tun Und generell die Base Power Ja Ja Ja, Doktor ist ein easy killer Würde ich sagen Ein easy killer, oder? Safe call Aber, well, die Runde war weird, aber gut Aber ich wünsche euch einen schönen Tag Ciao, bitte, ich brauch meine Ruhe gerade Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal